Harry Styles, der Frauenschwarm der Boyband One Direction, sagte, dass er Twerking unangebracht findet. Was? Harry Styles, der 19-jährige, BH-werfende, Ähnlichkeit mit Mike Jagger habende Popstar, sagte im Interview, er findet die Tanzbewegung unangemessen, da sie sexuelle Freizügigkeit verharmlost. Der Star von One Direction rechtfertigte seine Meinung und sagte, besonders für die Altersgruppe, auf die Twerking abzielt, denn seien wir ehrlich, Miley Cyrus' Auftritt war nicht nur für Erwachsene. Die Jungs haben viele junge Fans, also ist es gut, dass Harry so viel Verantwortungsbewusstsein zeigt. Es macht wohl Sinn, dass die behütete Taylor Swift eine Weile seine Freundin war. Allem Anschein nach ist er ein besserer Kerl, als wir dachten.